Das ist natürlich noch besser als... Ui, jo, klar, nee, ne? Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Ah, diesmal haben wir aber schneller aufgeräu... Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nein, ach, das ist so ein Raketen-Fuzzi, Alter. Äh, so ein Roboter-Fuzzi noch. Boah. Alter Verwalter. Ist das hier kein giltiges Ziel, das ist doch ein Stand-MG oder sowas, oder? Boah, das hat er gerade kaputt gemacht. Hendrik, ist alles frei? Jo, wunderbar. Da ist das Ding. Das konnte ich nicht benutzen. Ne, ja, das muss bedient werden, okay. Alter, wo kommt denn der her? Wo kommt denn der her? So ein Fuck. Wieder wegmachen da oben den. Ich kriege mir mal eine andere Waffe, ey. Die ist besser. Präziser zielen. Mit dem Rotpunkt. Ich habe ja eigentlich ursprünglich immer nur Rotpunkt-Visiere und so gespielt. Meistens spiele ich jetzt auch über Kimmer und Korn, aber Rotpunkt hat doch noch was. Boah, Arschgeike, Alter. Diesmal haben wir dich aber. Boah, da brennt der Kerl. Genau so macht man das richtig. Wenn du recht hast, hast du recht. Ach, der brennt immer noch. Der zappelt immer noch. Was war denn hier? Der will gerne wissen, ob hier noch irgendwo was ist zum Mitnehmen. Fortschritt wurde gespeichert. Hier ist wieder kein Sammelstück. Ja, dann sollten wir durch, würde ich mal sagen. Let's durchrennen. Ui, 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 ui. Alter. Brrm, 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 brrm. Oh, was sind wir denn jetzt? Hier gelandet? Ah, hier. Ja, ich bin auch bereit. Komm, auf geht's. Hast du schon mal gesagt. Was ist denn los? Warum treffe ich die nicht? Boah. Geh, boah, schweilig. Ja, ich sehe sowieso schon nichts mehr. Haha, für alle Fälle gerüstet. Nein! Boah, Mann ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Das Gute ist, ich habe eine Blendgranate dort reingeworfen und irgendwie gar keinen erwischt, obwohl die alle dort rausgekommen sind. Oder ist das überhaupt eine Blendgranate? Weiß es nicht. Gucken wir mal, dass wir hier schneller vorankommen. Das Problem ist, ich sehe die trotzdem kaum, weil die immer nur ab und zu aufblinken. Boah. Ist das ein Gegner? Ne, das ist Hendrix. Alter. Ah, hier hinten. Kratsch. Oh! So. Sehr schön. Halt mir den Rücken frei, Junge. Alter, ist das ein... Ist das die Titanic, oder? Oh, da. Sehen nicht. Oh. Ich glaube, ich mache die Nachtsicht hier aus. Die ist scheiße. Obwohl. Äh. Was geht jetzt? Kommt drauf an. Kommt immer drauf an, wie sie gerade anzeigt, ne? Ah, da hinten ist noch einer. Aufpassen. Oh, einer ist gut. Wo ist denn jetzt? Boah. Alter. Nein. 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 Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ich bin von der Schiffschaukel gefallen, Alter. Och, nee. Das... Was? Für ein drofer Tod. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Na, alte Schnauze jetzt, ey. Da einfach ins Wasser und ist tot. Ich... Die sind verschlechtert sich. Passt es ja nicht. Ich habe den Taktikmodus schon lang an. Ich brauche eine Waffe, die man nicht nachladen muss. Das wäre geil. Oh, Mann. Komm, kratzt ab. Oh, war das knapp. Zurückgeworfene Granate hier. Meine Fresse. Zu spät erkannt. Wo ist denn der? Ja. Geh mal näher. Da oben sind sie. Die Schweine. Wie sieht es aus, Leute? Da. Die alte auch noch erwischt. Die Ulle. Toll. Alle Waffen leer. Auch noch nichts gehört. Fantaktischen Nachladen. Oh. Hendrix angeschossen. Der ist schon da oben, ne? Der Bekloppte. Schon wieder. Oh, hier geht alles. Komm, Hendrix. Ah, hier. Wir gucken uns aber auch ein Schiff mal noch rum. Vielleicht kriegen wir noch eine Matrosenmütze oder so. Naja, da ist nix. Kein Sammelstück. Schade. Aber egal. Wir füllen mal die Mission fort hier und verlinken uns. Komm. Mach hier ne. Hacken. Ich bin Profi-Hacker. Dateien gesichert und zensiert. Der Sturm wird schlimmer. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden. Danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Bereit? Das obere und ich das untere. Jawohl. Machen wir doch. Vorstoß. Äh, hier hinten. Wurde mal... Hä? Wo zacken die... Ne, hier... Mach dich bereit! Ah, jetzt. Geil. Ach, ha! Yeah! Ja! Ach. Uah! Ach. Och, wie geil. Wir fahren mit dem Boot in den U-Bahn-Tunnel. Wie geil ist denn das? Das ist Call of Duty. Ich glaube, hier steigen wir aus. Hier steigen wir aus. Und da sagt mal noch einer, James Bond wäre übertrieben. Ha, ha! Ha! Willkommen im U-Bahnhof! Ich hasse U-Bahn... Bahnhöfe. Oh, und schwimmen. Das weiß ich auch. Alles klar. Komm, lass mich schwimmen. Ich hab nicht ewig Sauerstoff. Uah! Uah! Ja, ja. Komm, schwimmen. So, da sind wir. Was haben wir hier? Munition? Ne, Waffenkammer. Okay, die machen wir mal kurz auf. Kriegen wir, glaube ich, Muni dabei. Ah, jetzt laden sich auch meine kybernetischen Fähigkeiten wieder auf. Plötzlich. Plötzlich geht das. Hat er wohl einen Defekt. Ach du Scheiße. Okay, tu das. Okay, tu das. Jetzt hab ich plötzlich keine Raketen mehr, oder was? Alter! Wo sind meine Raketen plötzlich hin? Leer. Ja, super. Plötzlich. Naja, gut. An dieser Stelle würde ich auch sagen, machen wir einen Cut und machen das nächste Mal weiter mit Black Ops. Weil ich muss noch ein bisschen was anderes aufnehmen, dass ich mal ein bisschen Material habe von den ganzen unzähligen LPs, die ich gestartet habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Euer SpookyVF. Bye, bye, bye.